Kann ich noch auf ne Spinnen wechseln? Oh, guck mal, das ist doch super für uns. Was haben die? Wir cappen an. Wir cappen an. Die werden auf dem See fahren, deswegen cappen wir mal an. Okay. Hatten die nicht Spinnen? Eine Spinnen hatten die. Dann werden wir weniger auf dem Cap gehen, also weiß ich. Ich cappe auf jeden Fall an. Okay, und ich versuche nicht gegen Wände zu fahren. Ein Retscher noch und ein Vorkant Capcam. Ach, warte mal, Freddy, wollte ich dir nicht mal ein Melee geben? Ach so, okay, ja gut. Ja, der heißt irgendwie Gora V2 oder so. Den habe ich eins zu eins kopiert. Hat ne Retscher statt ne Firebug eingesetzt. Also von daher. Sorry, äh, Spark, nicht Retscher. Fährt 120, hat zwei Trainplausen nach vorne. Das funktioniert super, das Bild. Ich bin damit super drauf. Äh, Blurry? Was machst du hier vorne? Passieren, unterreden. Wenn ich Hilfe scheiße bau, bitte schreit mich an. Das war schon mal mit einer Freude. Die werden gleich reinkommen müssen demnächst. Also bereitet euch darauf vor. Deswegen... Ja, die kommen jetzt. Ich komme schon mal zu euch in die Nähe. Da kommt was Cloak vor mir. Okay. Okay. Ich geh auch mal ins Cloak. Okay, ich schnau mir jetzt den Porker. Jungs, ja. Okay, den Porker. Okay, den habe ich jetzt gleich. Ich bin auf dem Weg rein. Ich hab im Kapkan gehangen, ich komme. Aber ich hab mich festgefahren zwischenzeitlich. Ich geh auf die Reaper spinne. Ich geh auf die Reaper spinne. Ich bin in ihrem Genick. Ich hab irgendwas gefinished. Ich weiß aber nicht was. Ist egal, weiter, 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 weiter. Ich bin auf dem Mastu. Mastu ist tot. Ich bin jetzt fast raus. Freddy, bring mal deine HP mit ins Game. Ich bin auf dem Ratcher. Der ist die Gans, Freddy. Ich geh auf dem Ratcher. Ich bin auch schon drauf. Sorry, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Oh, ja, ja, ich seh trotzdem nichts auf dem Weg. Drück, 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 drück. Fahr ruhig, Fahr ruhig, Fahr ruhig, Fahr ruhig. Ich tue mein Bestes. Ja, alles gut, alles gut. Das war mein Fehler. Ich helf dir. Ich versuche ihn dir gleich nochmal zu verlangsamen. Ich bin auf dem Weg rein. Hab ihn, oh, ne, war mal zu verlangsamen gesparkt. Ready? Mal drücken mal hier zu retten. Ach, du seh, du bist gleich gut. Ja, komm her. Ja, schade aber auch. Schön, Jungs. Muss man mal Musik bisschen lauter machen. Ich hör die gar nicht. Nee, das ist ein ganz anderes Bild. Alles klar, Chef. Kann ich dir nachher geben, wenn du willst. Also wie gesagt. Draco kenn ich mich nicht so aus wie ihr beim Bauern. Also Draco. Ja, ich hab das selber aus der Galerie. Aber es funktioniert halt super, wie ihr seht. Ist halt eigentlich ein Triple Draco. Das ist ein Duel Draco Firebug. Aber ich hab's halt einfach umgebaut auf ne Ratcher. Äh, was für Ratcher, Junge. Bin ich geistig behindert? Hilfe. Ja, ne. Dings, Spark. Einer hat übrigens einen Disconnect. Falsches andere von euch für mich gesehen. Ja, lass mal aggressiv rauf, bitte. Okay, let's go. Die Pog ist auf der Brücke. Ich versuch den Ratcher mal. Ja, genau. Ich bin schon drauf. Ja, ja, ja. Mach dir mal. Ich geh auf den, der dahinter ist. Ja, das wär ich sehr... Oh Gott, ich bin gegen eine Wand gefahren. Scheiße. Ich hab den Pog auf der Brücke. Ich hab den Pog auf euch abgenommen. Komm her, 1 gegen 1. Ich hab ihn deframed. Ich hab ihn rausgeschoben. Ich hab ihn rausgeschoben. Also ich hab meinen deframed. Ich bin nur leider out of... Okay, hab nichts. Bin aber dabei geschoben. Ich hab meinen rausgeschoben. Richtig gut. Und ich hab meinen deframed in der Millisekunde, wo ich overheated war. War auch witzig. Ich muss gar nicht aus meiner Anzughose ausziehen. Die ist ungemütlich wie scheiße. Digga, lass die Eier baumeln, damit die Alte schon mal den Dock richtig hat. Ich bin dabei. Vor allem das Schlimme ist, diese ganz jungen Mädels, die sehen ja echt noch richtig heiß heutzutage aus. War früher, sind die bei uns nicht so rumgerannt. Ja, ich glaub, die ist so 14 oder so. Boah, sicherlich. Steck vorrat. Steck kurz so wegstecken. Ja, ich bin halt bis 13 oder 14, aber ich bin halt auch 15 von der jungen Toten, die alt ist. Richtig, die würde ich so wegficken, Digga. Ich muss mal gucken. Die, die ich als Jungfahrt hab, war auch 13. Die hat auch so weggefickt. Das glaubt ihr gar nicht. Ich war 16. Ich hab die so weggelatscht. Der hat grad irgendein Kollege geschrieben, ich soll Insta von der schicken, aber ich weiß jetzt auch nicht. Wieder, ähm, er will da, der will vorhin überrannen. Äh, die ist sowieso scheiße. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich nüchtern wär vielleicht, aber so weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja, ich übernehme das gerne für dich. Ja, okay. Ja, haben die, wir haben auch passen. Da sollen wir einfach drauf putzen. Ich hab nicht geguckt, was die haben. Ich hab keine Ahnung. Rauch fahren oder was? Ja, lass mal drauf fahren. Wer ich für, ja. Okay. Einfach weg damit. Wie gesagt, wir haben die Power des Ws. Also einfach rein da. Ja. Ja, ich bin schon drauf. Okay. Ich bin jetzt n Hover. Ja, ich hab hier n Hover, äh, der ist einzeln. Hol ihn dir. Ich geh drauf. Ich hab n festgehalten. Ich hab n festgehalten. Ja, perfekt. Dann fahr ich mal weiter. Hab meinen? Ja, ich komme, ich komme. Ja, ich versuch dir so gut es geht zu helfen, aber ich kann nix versprechen. Ja, nee. Ich geh auf Branson. Ja, ich komm dir helfen, Freddy. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich hab's gesehen. Hab ihn deframed, mein. Hab ich. Oh Gott, dabei läuft das gut in meiner Gärme. Ich hasse meine Spotify-Fallies. Scheiße. Okay. Ich helf dir gegen den Fortune. Ja, der hat erst schon einen vegan. Der ist vegan. Das ist gar kein Problem. Ich weiß sowieso nicht, was ich das machen soll. Ich hab meinen Kill schon. Nee, das ist mein Kill. Fick dich ins Knie, klar. Ich sag komm, Alter. Aber nicht. Ja. Sorry. Oh, nee. Halt mich bis weg. Scheiße. Scheiße, weil wir Glück hatten, dass wir da den Helios Cover haben, einzeln abfeuchtet. Ja, die war echt scheiße. Äh, nee. Ich glaub, ich mach das nüchtern besser. Bin ich ganz ehrlich. Er ist nicht der Kornio. Der Kornio, der ist viel besser als Soho. Ja, genau. Aber ich bin halt leider nicht Korni. Ich bin nüchtern besser. Glaub ich zumindest. Ja, ja. Wieder Dropdown. Weg damit. Ja, wir sollten eigentlich immer Militeam spielen. Das ist einfach meine Bestie. Einfach W drücken. Das ist das Einfachste, was es gibt. Ja, und die Games sind sehr schnell. Genau. Wir haben jetzt aber alles Hover, ne? Die Fokus sind jetzt schon. Weg for Victory. Äh, ich bin hier in nem Scheiß. Ich hab keinen. Ich bin auf dem Ding. 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 Ich fick dich, Crusher. Das war mein Kill. Sorry. Sorry, Crusher. Ich hab dich grad auszusehen geblockt. War nicht meine Absicht. Ja, hoff. Ich geh auf der Hell. Ich komm auf der Hell. Der Hell, Crusher. Ich bin in die Wand gefahren. Warte mal. Ich auch. Ich heil. Der Hell, du Locker. Komm her jetzt, enemy. Ich fick dich. Scheiße, der haut dich gleich. Warte mal ganz kurz. Komm, ich haut der nicht so schnell. Ich haut der nicht so schnell. Ah, Pferde. Ich haut der nicht so schnell. Ich haut der nicht so schnell. Ich bin nicht. Wir haben wenigstens weg und blind, wie ich bin. Aber ich darf er sein muss nicht, dass ich schiesse. Ich glaube, das war ein Ding. Los, Los. Los, Los. Los, Los. Los, Los. Los, Los. Los, Los. Los. Los, Los. Weißt du ... Dann nehmen wir lieber Dog, oder? Ja, wir nehmen immer Dog. Was anderes krieg ich nämlich tatsächlich nüchtern besoffenen. Ich glaub, ich muss nach der Runde mal ein Glas Wasser holen, Alter, ich bekomme gerade Leichtkopfschmerzen. Okay, Chef. Ja, aus meiner Niederlage musst du noch mal ein Bier trinken, tut mir leid. Niemals. Ja, bitte. Wenn nicht, ich war's nicht schuld. Wir schieben's einfach aufs Kaisp. Aufs Kaisp? Ja, okay. Aufs Kaisp. Oder Koscher, der ist sowieso nicht der beste Mädelspieler. Ja, komm, traut euch. Nein, ich wollte hier... Komm, Kaisp, fahr auch. Der ist gleich drin. Wer hat hier den gefühltsten Firebox? Ja, ja, wir müssen rein, wir müssen rein, wir müssen rein, wir müssen rein. Ich bin am Forzen. Oh, dort kann man fahren. Ich bin jetzt auch. Scheiße. Scheiße, die Fortune hat mir meine Seite gezerrt. Ich hab Witz, ich bin auf Breaker oder was auch immer das ist, aber ich hab jetzt ein Melee-Markt. Ja, ne, das ist ein Witz. Ja, der Melee-Markt. Den hab ich. Aber ich hab die Fortune auf mich. Ja, das Problem ist... Kein Wasser. Ja. Ja. Das ist auch ein Bier. Ja, ich kann auch nicht mehr. Ja, ich kann auch nicht mehr. Was? Hat der irgendwie ein bisschen zu viel, keine Ahnung, was geschnüffelt? Arschhaare oder so? Also die machen wir jetzt auf jeden Fall. Lass mal Freddy zuerst reinfahren. Ja, Freddy komm, ich spiel mal mit Chills. Freddy muss zuerst rein. Freddy muss zuerst rein. Freddy, du machst unser Opferkind, wir nehmen dir das ab, was kommt. Ja. Mach das nicht, Korsha. Korsha, mach das nicht und ich sag es noch. Korsha ist glaub ich auch so dicht, wo ich... Korsha, wir müssen schon da hinterher, ne? Ja. Ne, du sollst an die ran. An die ran, an die ran, an die ran, an die ran. Wir nehmen dir das ab, was auf dich... Ja, wir kommen, wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir fahren. Ich tue mein Bestes. Okay, ich bin jetzt gleich drin. Ich bin auf Draco, aber ich hab jetzt den Pork in meinem Saat, danke. Ich bin im Delict von der Dings. Finde ich super, Junge. Die kommt aber eingelaufen, ist raus, ich hänge Kapkan, kann doch nicht helfen. Ich hab meinen gleich, der ist Gigant. Ich komme, ich komme. Du fällst jetzt gar keine Kapkan, du Arschloch. Dreckig genug. Hier gibt's Wasser, ich dachte, da ist noch eine Runde. Ich wollte grad sagen, bei nem Runden gibt's was da sonst, keine Ahnung. Weiter so. Ja, also die S- und die F-Sachen, die funktionieren jetzt schon nicht mehr so richtig bei dir. Was ist mit mir? Das F und das S funktioniert schon nicht mehr so richtig. Das F hat wie so S, ach so, ja. Maybe. Kann sein, dass das ein bisschen dauert. Also, für Wasser, los. Also blau dir wieder zuerst rein, rauch auf die Gegner und dann guck ich, wo ich wieder gucke. Es ist halt so wie es ist, ich find das gerade so witzig, ich brauch kein Wasser. Ich trink trotzdem, weil ich keins. Einfach weiter. Ich stelle so auf was kommt. Vorsicht Fortunes. Ich hab's grad gespürt. Immer am Arschloch. Freddy, immer schön runter. Jaja, immer schön runter, immer schön runter. Ich bin jetzt auch auf dem Weg rein. Mein Fortune, der hat mir den Nick zugedreht, der ist gleich raus. Ich geh auf den, der hinter dir ist. Der ist raus? Ja. Ich geh auf den. Ich tue mein Bestes. Versuch mich noch mitzudrehen. Es tut mir leid, ich bin dran vorbeigefahren. Jaja, Blaury hat mich gerade geblockt, leider. Es tut mir wirklich leid, ich wollte drauf gehen, aber ich bin leider... Okay, ich hab ihn. Alles nicht geklappt. Ich hab seinen Arschloch. Ich fick seine Mutter in den Arsch. Nein! Ich hab keinen Klaus. Er braucht Hilfe, er braucht Hilfe, er braucht Hilfe. Ihr Mist. Horsha, du bist da hinten. Ja, okay. Ich hab ihn gut damit gemacht, er war leider nicht dran. Es tut mir leid. Ist ne Porg, ja, ja, ja. Ich hab noch einen Argus. Du musst ran, Blaury, du musst ran, du musst ran, Blaury. Nee, nee, er muss das auf Range machen. Naja, stimmt, jetzt kann er Range. Genau, jetzt kann er Range. Und ich hab einen Argus noch. Und du pass... Nee, pass auf, leg's nicht drauf an. Ah, ja. Und ich sag es noch. Ja, ich hab... Warum du es einfach nicht abwarten kannst. Ich versteh's. Er kommt. Versuch, ihm auf die Kabine oder Porgs zu schießen, je nachdem. Horsha, bleib auf jeden Fall bei Freddy, das ist ja auf jeden Fall egal was... Jaaa... Ja, Korsha, du bist nicht da. Und weg. Ja, du darfst dich da nicht von Korsha entfernen. Du bist ja immer weiter weggegangen. Ja, mit Zerraten ist halt schwierig zu... Boah. Ist völlig egal, es ging um die Überzahlung, der muss rankommen. Der hat nur zwei Reifen, so um das schwierig auszureichen. Der hat einen Klo. Stell dich ruhig ins Cap. Der ist, glaub ich, irgendwie da. Da ist er, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ja, ja, der kommt gleich rein. Ein wichtiges Abstand, dann kommt, dass du dann wogegen kannst. Ja, irgendwas hast du ihm gerade vorne gezogen und die eine Pop blinkt schon. Oh man, schön. Irgendwie ist was? Ja, ist egal. Doch, doch, ist egal. Ist das egal. Hauptsache du gibst ihm jetzt die ganze Zeit mit. Und er macht nicht einen Cap. Das sag ich nicht. Ja, Cap. Wer stellt sich? Ja. Also. Also. Ja, 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 ganz gut. Er macht ihm ja Schaden, ohne dass er Schaden passiert. Das schlussend macht. Er macht ihm ja Schaden, ohne dass er schadenfassierte Schutze macht. Ja, ja. Lass ihn ruhig davor. Er muss vorlaufen und dann kannst du ihm vorgehen. Ja. Genau, deswegen. Mach ganz entspannt so weiter, wie du weitermachst. Nein, nein, dann ziehst du dich wieder zurück ein Stück. Alles gut. Komm, du schaffst das. Komm, du schaffst das. Ja, du machst das super gerade, wie du es machst. Er kann, kein, jetzt musst du weg. Genau. Jetzt kommt er. Komm, schieß ihm die Waffen ab und dann ist fertig. Jetzt nur noch die Eile. Komm, du hast noch genug Papier. Jawohl, die Gunt, die Gunt, die Gunt, die Gunt, die Gunt. Schöne Sache. Für Wasser. Genau. Nein. Oh, ich wäre fast noch MVP geworden. Entschuldigung. Oh. Ja. Ja. Da kann ich drüber lachen. Ja, scheiß auf Wasser. Nee, hol dir mal. Wasser ist das wichtig. Ich kenn das. Ich kenn das. Okay, ja. Ich bin gleich wieder da. Vielleicht auf jeden Fall wird die Besoffen besser als die mit Dings. Oh, ich bin gleich gleich wieder da. Also, wie mit Besoffen Dingschen, wie heißt das? Mikrofon, meinst du? Nein, mein Ding ist ja von Bob, der durchs bunten Wetter spielt. Borneo. Genau, aber wir hatten mal zweimal den Tag erwischt. Einmal, dann war der so raus, ey. Der hat immer so richtig raus. Also, praktikulieren war schon das Problem. Da wird uns auch nur runtergespielt. Ja, aber... Okay, bin wieder da. Okay. Also, das ist wahrscheinlich sowieso besser, dass ich mir das Wasser geholt habe, weil übermorgen ein Vorstellungsgespräch und wir müssen uns leider verkrattert hingehen. Ja, ja, ja. Das ist eine super Voraussetzung. So wie er sagt. Als was stellst du dich denn fort? Äh, Elektroniker für Automatisierungstechnik. Krasse Scheiße, das braucht man heutzutage immer mehr. Richtig. Richtig. Deswegen mach ich das auch als Beispiel jetzt. Warst du Scheiße? Halt fort, weißt? Halt fort, weißt? Ja, ich bin kranke Firmen. Noch besser. Richtig. Deswegen ist auch umso besser, wenn ich da auch nicht verkatert hingehe, weißt du? Ja, das ist. Ja, das ist. Du kannst es spielen, ja. Danke für die Scheiße. Neger. Neger. Das hört vielleicht mal an meinen Fenster zu machen. Daher hört man ne Mohnen. Daher hört man ne Mohnen. Da das noch, wenn ich den Neger rumschrei. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh, Scheiße. Ach eins. Okay, was haben wir da? WZE. Denk an deinen Dogdog. Ich kann nicht auswählen. Ne? Na. Ich kann nix auswählen. Es tut mir leid. Ja, das war. Ich hab jetzt meinen Wredger oder so. Keine Ahnung. Ne, mein Walz. Ja, Walz. Ich hab jetzt Walzer. War das jetzt ziemlich kritisch? Glaube ich. Ja, Scheiße. Hoffen wir mal, dass ich überhaupt irgendwas treffe. Ja? Ich kann es echt nicht versprechen. Es tut mir total leid, du. Ne. Ne, echt. Also es tut dir total leid, wenn ich jetzt nichts treffe. Aber auf das Niveau lass ich mich nicht runter. Die kommen. Die kommen. Die kommen. Da bin ich auch schwer hoffen, da muss ich nicht so gut aimen. Es tut mir total leid. Weil du mit mir geredet hast. Ja. Na, einfach mal die Waffen auf den ersten Zulot fliegen. Also den Dreycom. Dreycom von rechts, einer ist alleine. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, ist ein Reicher. Ja, ist ein Reicher. Aber ich kann auch seine Waffen nicht aimen. Wenn Blurry mich jetzt nicht blocken würde, würde ich drauf gehen. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, ist okay. Passt hinter euch auf. Passt hinter euch auf. Passt hinter euch auf. Passt hinter euch auf. Ja, hier. Vor mir jetzt. Der hat mich im Genick. Oh fuck. Ich bin im Reload. Ich bin im Reload. Ich bin im Reload. Ich bin im Reload. Alles super. Hast du super gemacht, Alter. Es hat wunderbar funktioniert. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Ja. Schieß auf die Kabine. Schieß auf die Kabine. Auf die Kabine. Ja, aber ich bin trotzdem scheiße. Ich bin jetzt raus, so gut wie. Ich habe einen Kill gemacht und nichts dafür getan. Ja, toll. Ja, ich habe einen geklaut. Ich habe ja was von mir. Ja, Kroscher natürlich. Ist ja auch am einfachsten. 1.300 Schaden auf ihn. Ich habe seine Mutter in den Arsch gefickt. Oh Gott, der fickt mich. Ja, ich auch. Er hat 30... Er hat 30 HP. Bitte helf mir. Bitte. Dankeschön. Egal. Jetzt kann ich wenigstens Mili spielen. Ich bin dabei. Habe ich schon. Mal gucken, was wir jetzt nehmen. Hoffentlich dasselbe. Nee. Nee, der... Guck mal, drei Cup Cards hat der da. Die wollen... Die denken das... Mal gucken, ob die sich wieder trennen. Mal gucken, ob sie sich wieder trennen. Aber wir fahren Richtung Cap. Okay, das können wir machen. Aber die Rechnung ist das Wichtigste. Ich hole einfach das raus, was ich kriege. Das tut mir leid. Aber ich kann grad echt nicht mehr machen. Ja, kein Problem. Mal gucken. Ey, das hat doch einen super Punkt zu dir. Mach so wie bisher weiter. Wir gewinnen mit dir seitdem du drinnen bist. Ja, hoffe ich auch. Ja, finde ich auch schwer. Ich glaube, solange du überhaupt irgendetwas rauswolltest, ist schon einer... Ich glaube, das hilft nicht wirklich. Ich sehe nämlich grad halb verschwommen. Corsha, dein Bild sieht übrigens aus, als wärs mein linker Fuß. Ich bin gegen eine Wand gefahren. Warte, ich brauche leider zu. Hier ist was cloaked. Ich hab's abgefangen fast. Alles klar, Chef. Ich guck jetzt mal, ob ich irgendwas rauskriege. Den kriege ich raus hier. Den kriege ich raus. Habe ich? Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich habe den Breaker aufgebrockt. Ich hänge in einer Capcan. Das würde ich dir sehr gerne helfen. Ich habe den Breaker aufgebrockt. Sorry, ich kann dir nicht helfen. Ja, ich hänge, wie gesagt, in einer Capcan. Ich komme jetzt sofort zu dir. Warte, ich bin auf dem Weg. Hi. Ich hab meinen. Komm, helf. Ach, der Capcan ist mir fest. Ich hänge schon dran. Es tut mir leid, Larry. Aber es ging nicht für. Achtung, was. Das liegt gar nicht mehr so. Jaja, ich weiß nicht eben. Das ist aber schon gut angelang. Ich hänge in einer Capcan. Ich muss nichts machen. Es tut mir leid. Komm her, lad. Oh, schade. Ich hätte ihm geschrieben, dass er gerade gegen einen besoffenen Autisten verloren hat. Das ist eigentlich schon eine E-Zigarette. Warte mal ganz kurz. Ja, schade, ja. Ach, komm, scheiß drauf. Ich habe nicht mal einen. Suchst du dir? Nee, komm. Ich habe jetzt keine Ruhe. Die steht irgendwo oben auf meinem Schrank. Ich bin jetzt zu faul. Ist egal, jetzt. Naja, komm, der Arm. Schreib, schreib du Arm an. Komm, Alter, ich spiel grad bei 160 Punkten. Das ist nicht viel besser. Also, sorry, Jungs, aber das geht echt besser. Ich bin tatsächlich gewöhnt. die ganze unterstriche da ich glaube ich bekomme doch ich habe nie was gesagt ich meine bei mir bei unserem alten clan stand wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv einfach zu aufsaufen war am wochenende ja schade aber auch lass mal da reinfahren ich bin jetzt zu faul zu warten ja ich weiß auch nicht warum du war das frage ich mich auch ja vielleicht hab ich ein bisschen aufgehalten ok ich bin auf jeden fall schon an dem hover ich gehe auf den redscher ja du bist halt eine spinne, ein loser ich habe schon einen raus ich werde jetzt auf den redscher gehen ich brauche hier hilfe der redscher ist asozial der ist ok weil der redscher need help ja ich hol mir den ich hol mir den ja bitte ich lenke ihn ab also zumindest solange es geht ich kann nichts versch- mich ja dann mach das wird jetzt koscher der jetzt drauf geht hat fremden problem ja sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut schön gemacht schön gemacht nein habe auch keine Frage koscher geh in die hand von uns mit vorne bei gegen das ist ein mortfall ja du musst ihn einhaken du musst ihn einhaken jetzt ja ja er schleift vorne er ist rot auf der kabine ja 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 ich weiß nicht ja 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 was anderes kriege ich heute sowieso nicht hin ja aber wartet noch auf die spinne ne also diesmal müssen wir aber ein bisschen auf Freddy warten weil der ist ja anfangen so bau dir mal zweiten cheater ein dann müssen wir noch ein bisschen schneller genau ne hier wär sogar mit der kolossos zu lieben ja hier wär mit der kolossos lieber weil der hat mehr leistung na sch aber weniger ich geh grad auf den hover hier ich hab einen ich geh auf die spinne daneben ich hab ja eben gesagt ich krieg die easy na ne 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 oder ja doch doch jetzt ich beschäftige jetzt die typhoon hab ihn ich könnt dir hilfe gebrauchen ich krieg den doch nicht so easy wie ich gesagt ne ich find das toll dass du mir grad abhimmst jetzt hat er mir den flash abgeschossen scheiße er hat mir den flash abgeschossen er hat mich trotzdem gleich ich muss abhauen erstmal es tut mir sehr leid ich komm wieder hast er den halten na hier hinten ist der aber wir haben überzahl ich hau mal ab da geht nicht ich kann es nicht mehr ich bin entwappnet ich bin ja das dauert zu lange jungs quatsch mal jetzt nicht so viel schwachsinn hier kommt man jetzt hier ran ich versuch's ja ich bin auf dem weg hab leider keinen hovercatcher mehr deswegen könnte sich das sehr sehr schwierig er will mich finishen er will mich finishen typhoon ja typhoon komm her du arschloch ich fick dich komm her komm her ich hab ihn gleich jo jo sorry ich mach das nicht gerne aber es geht nicht anders ist egal ob es funktioniert was jeder macht aber sonst haben wir verloren ja der hängt schon auf dem Boden nee wir haben das für den kill schön schön die sind schon lange scheiße die haben wir aber gestern verloren jungs und gewonnen ja die spinne die hatte nur 4 ne ja nee Ion ist tief gesunken die waren mal gut dann wurden Capcans genervt jetzt sind sie scheiße ich geh auf das sind wahrscheinlich fette Tanks ich geh mal auf Hammerfall hab ich doch gesagt jetzt runter nehm ich meinen äh extra äh Fühler mit wobei Hammerfall war da glaub ich ne scheißidee wenn ich jetzt noch drüber nachdenke ja egal kriegen wir schon hin äh wie soll es vielleicht wollt ihr rauf fahren wieder oder? ja pushen aber dann bitte die andere Seite oder? ne ist die richtige ist die richtige ist die richtige ja ich muss auch immer erst gucken die hier die Seite egal von welcher Seite du kommst die Seite immer quasi die linke Mapseite immer die Seite hier kosha ich als äh selbstständiger Erbauer von Bills finde dass du absolut schwul bist ja aber es ist die rechte Mapseite wenn du auf die Map guckst wenn du jetzt Map drückst ich push die ich push die von rechts damit wir uns nicht abholen ich bin auch schon dran ich bin am Hover ich geh auf den Hover ich binne wollte mich abfangen ich geh mal auf die Spinne dahinter ich geh mal auf die Spinne dahinter auf äh ich die Seele ja die fokussen immer noch mich die spinnen äh jetzt nicht mehr ich häng fest ja aber mich nimmt der Hammer raus der Bolker ist jetzt draußen ja Bolker ist draußen ja Bolker ist draußen ja ich kann nicht anders ich muss äh Freddy äh Freddy danke ich bin gegen der Wand ich kann doch nicht als brennendes Stück da nem Hover hinterher gucken sorry Kroscha es tut mir sehr leid ja kann wohl ey oh mein Gott sind du draus Freddy wenn ich schon an den Gegner dran büge mich bitte nicht wegdrücken komm Kroscha ja ne 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 ich äh bin so wenig ja scheißegal wir sind feierbide da mach ich auch mal was ich hab ihn nur halbligant das kann ich besser ich hab ihn nur halbligant das kann ich besser aber nicht noch so n Ding scheiße ach scheiße mein Wasser ist auch schon wieder leer wegen die haben wir keine Chance mit unseren Millis äh weil die von oben schießen die MGs ja die müssen keine Ahnung ich ich wer hätte auch in der ersten Runde nicht gesagt dass wir da rauffahren sondern dass wir die ankommen lassen das wäre besser gewesen na das hätten die aber nicht gemacht das sind doch sind doch aber gekommen das war's doch schon die waren doch schon auf dem Weg ja dann bin ich einfach behindert das ist mir sehr bad ich versuche mal eine gute Anfahrt von der anderen Seite ja dann sag Bescheid wenn wir auch rein ja ich komm mit von rechts ich komm mit ne 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 nicht 2-2 ne ok nicht 2 niemals 2-2 ok eigentlich ist das besser aber dann fahren wir zu uns von links ok ich fahr jetzt rein Jungs ich bin noch nicht mal da ich hab doch einen über langen Weg und ja aber Koscher ist schon tot wir müssen da rein ja das ist doch deswegen sag ich das doch ich sag das ja nicht umsonst ja deswegen sollen 3 immer da bleiben weil der eine den längeren Weg hat dann einfach bloß rein kann ja deswegen hab ich ja gesagt wir sollten rein weil Koscher schon halb tot war aber ich war doch viel zu weit weg und du bist mit mir schon mitgekommen du hättest einfach nur bei denen bleiben müssen deswegen sind da immer 3 ich hab nur die haben doch ich weiß nicht warum Koscher da jetzt auch überhaupt im Kampf war aber wenn dann haben sie wahrscheinlich auch ich war nicht im Kampf das weiß ich auch nicht so genau ich verstehe vor allem nicht warum Koscher überhaupt so viel kassieren konnte ja verstehe ich das verstehe ich auch nicht das war ein Spinnen man hätte sich einfach verstecken können das hätte ich auch nicht gesagt wir gehen rein aber ne ich hätte auch gesagt Koscher nimmt dann bei den Spinnen lieber seine Pork also wir passen jetzt ich nicht auf ja keine Ahnung keine Ahnung jetzt warte ja ich sag das jetzt ab sofort vorher immer an was wir nehmen ja das wäre glaub ich besser ich bin nämlich absolut grad nicht vernünftig aufnahmefähig ich bin manchmal mit Draco äh mehr bei den Spinnen halt ja 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 gut hast du ein Triple Draco oder Draco? ja hab ich Triple Draco ok ja dann ist das beste Junio ich geh auf Melee ok ok Draco Spark was sagen die noch Breaker Scorpion Master ok wir müssen da ran ich würd sagen wir pushen die über Mitte oder links nein links links ja ne Quatsch rechts rechts also rechts ja so ja ja von der Seite aus rechts ja ja ich hab gedacht links ja das hier ist hier auf der Karte immer die Seite das muss jajajaj sorry ich hab mich verzahnt ich meint doch Bitch das wollt eigentlich sagen da wo nicht die Containern sind das ist ja auch richtig ja well hier kannst du relativ safe kannst du rüber fahren relativ die wissen dass wir guck mal die sind getrennt die wissen dass wir wenn base crash machen die drehen jetzt gerade um ich geh schon m... Ich hab meinen Cloak verloren, ich kann nicht. Mich noch nicht, ich bin auch voll, ich geh da jetzt mit drauf. Ja, ich lenk hier gerade die Dings ab, alle. Ich geh auf den Masto. Ja, ich lenk die hier ab. Joks, ich brauch ganz dringend Unterstützung. Ja, bin ich dabei. Ist was raus? Ich bin gleich raus, ich brenne schon. Die Scorb allerdings ist auch schon gut geschädigt. Boah, frag die Masto ja. Die Masto hat auch zu uns kastliert. Ich weiß nicht, wir hätten die kommen lassen sollen, die waren auf dem Weg und dann ran. Ich glaub wir hätten die zum Cap kommen lassen sollen und dann als sie dann davor sind ran. Aber jetzt geht das nicht mehr, jetzt funktioniert das nicht mehr. Das war drüber und runter. Auch drüber und runter. Jetzt haben sie keine Scorb bei, jetzt können wir uns auf die Lidys fokussieren. Ja. Ich weiß aber nicht mehr Schaden. Ich hab das auch so, das ist Baba mit der Flasch. Das ist ne super Idee. Äh, sorry Spark. Kann mir keine Flasch leisten, dafür bin ich zu warm. Ich hab lieber ne Gefühle Taifun. Also pushen wir die jetzt ne, hab ich richtig verstanden. Ja. Okay, shit. Geht auf den Masto. Hab jetzt das ganze Feuer auf mir. Ich hab den Breaker hier. Masto ist gleich tot, wenn das so weiter geht. Masto ist grad draußen. Geht auf den Fork. Ich hab die Breaker noch gefragt. Masto hat sich selbst umgebracht. Ah ne, Blurry hat's gemacht. Alles gut, ist mir scheißegal. Lass ihn aufgeben. Ich hab den Fork hier. Aber ich bin gleich... Ja, ich bin auf dem Weg. Ich komme. Oh, sorry. Ich häng fest irgendwie. Ich bin auf dem Fork. Ne, jetzt nicht mehr. Ne, alles gut. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Wir sind doch da. Fork ist fast tot. Hat nur noch, gerade so noch seine Waffen. Okay. Danke für eure Hilfe. Das ist mir sehr gut. Auch ein Start. Dann wieder dasselbe Zeug? Ungefähr. Haben keine Masse mehr, sondern jetzt ein Fire Medi. Okay. Lass dich einrichten. Ich brauche erstmal Musik. Ich hab genug sitzen. Let's roll. Weil sie keine Scope haben, wir können hier safe fahren. Wir können hier einfach so rumfahren, wie wir lustig sind. Ja, du musst nur auf die Fork aufpassen. Genau. Ja, wenn sie unsichtbar wären halt, ne. Aber die sind halt noch da. Ja, ich warte ja, du bist, du dranne bist. Also, wir warten nur auf dich. Du bist der, auf den wir immer warten. Wir müssen leider auf dich warten, weil du so fett bist. Ja. Alles klar, Chef. Da ist was globt, das kommt jetzt hinter euch gleich. Irgendwas kommt hinter euch globt. Ich seh's nicht. Rechts ist Fork. Ja, 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 ja. Oh, Fork, 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 Fork. Ich bleib mal weiter bis in dem Hintergrund, was ich halt bisschen nass machen kann, wenn die nicht da sind. Beziehungsweise, wenn die reinkommen. Wir forken. Die müssen ja gleich rein. Die Fork will bloß vor forken. Mehr macht sie nicht. Warum müssen... Das ist super, das ist super für uns. Der Firebug kommt, der erste Firebug kommt, der erste Firebug hier. Ich fang den Fire... Ah, ich hab den Draco in der Seite. Scheiße. Ich häng den Firebug weiter am Arsch. Aber ich kann leider nicht zu tun machen. Ich komm raus. Die haben mich gefokusst jetzt gerade. Wir knochen weiter. Ah, schade. Ich bin gerade. Dass ihr euch gegenseitig geblockt habt, war grad echt doof. Ich musste eigentlich greifen, um euch zu helfen. Ja, ich war ein bisschen halt in der Ecke, um halt ihn abzufangen. Ja, das war grad eigentlich ein Win, Jungs. Das sah so gut aus. Das war eigentlich ein Win. Ja. Hätte ein Win sein sollen. Ihr könnt einfach heute alles auf mich schieben. Alles gut. Ich würd sagen, es war jetzt nur deine und Koshas schuld, weil ihr euch beide gegenseitig so gerade blockiert habt. Ne, 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 ne. Ich hab ihn nicht geblockt. Ich bin auf den Firemelee gegangen und dann ist Koshar mir in den Arsch gefahren. Hab dich weggedreht. Sorry. Und da war das, ich weiß nicht. Ich war am Feuerpack, aber du hast den weiter durchgedrückt und dann, ja. Ja, genau. Jetzt hiebs wieder auf mich. Fick dich ins Knie. Die kommen. Die müssen kommen. Wir haben eine Spinne. Ja, also wir machen das folgendermaßen. Wir stellen uns hinten in die Ecke. Leider hat Koshar nichts zum Vorparken. Das ist aber auch ganz gut, weil ich glaub mit Firedog sind wir auch gut. Warte mal, ich brauch mal ganz kurz ne neue Playlist. Da. Genau, du stellst dich hier in diese Ecke, sodass immer wenn die im Cap sind, du die beschießen kannst quasi und wirklich in der hintersten Ecke, dass die überhaupt nicht großartig manövrieren können. Und du gehst auch als erstes drauf. Also wenn sie hier irgendwie vor uns sind, läufst du auf den ersten ran und dann, wenn sie da irgendwas rundum fährt, müssen wir uns gucken, dass wir das gekillt kriegen. Die kommen schon über den Bruch. Also die kommen schon über den Bruch. Ja, warten wir aber noch ab, auf was du gehst. Wir gucken mal. Du musst dann wahrscheinlich auf ein Ziel gehen, wo wir jetzt nicht unbedingt drauf gehen. Ja, ja, alles gut. Die kommen jetzt ran. Ja. Irgendwas kommt da. Ich hab den Wurm abgefangen. Oh, scheiße. Die blocken sich gegenseitig. Den anderen hab ich auch abgefangen hier. Ich hab euch jetzt... Einer ist raus. Ich hab grad drei Leute abgefangen, Jungs. Ich häng auf zwei Gleichzeiten. Machst du den, machst du den, machst du? Ich helf. Ich helf bei Dad. Ich helf bei Dad. Dort raus. Joa. Ist die Gans hier? Oh, haben wir. Ah, ist flaschen. Wir kommen, Larry. Wir kommen, Larry. Wir kommen sofort. Ja, schade für die. Can you see what I mean? Guck mal, ich hatte mehr Punkte, als die alle zusammenfassen. Jungs, zur Info. Der, 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 der Vorteil ist, wir stehen auf einen Punkt. Unser Timing ist auf jeden Fall einfacher getimt, als das vom Gegner. Bei den Gegner habt ihr gerade gesehen, ich konnte... Erst hab ich Cloak einen abgefangen, hab den gegen jemanden geschoben, den mit abgefangen und hab irgendeinen von euch jemanden aus der Seite rausgenommen noch. Das hab ich in zwei Sekunden alles gemacht. So, wieder hier hinten. Wieder hier hinten. Ja, ja, ja. 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 Wobei ich dir empfehlen würde, Blavi mal hier vorne an dieser Kante von diesem Kran da zu stehen. Hier. Genau. Und wenn, versuchst du dich halt in die Richtung, wo ich gerade rückwärts fahre, dann zurückzuziehen. Wenn. Ja, ja. Also quasi, wenn in die Richtung. Und wir gehen bitte möglichst wieder nicht zuerst rein, Jungs. Also das war jetzt grad glücklich, da ich die Kasten weggepimpt hab, aber... Mhm. Die Porks. Pork kommt schon rein. Achso. Achso, na dann... Gucken wir mal, dass wir den angefahren bekommen waren. Die sind alle getrennt voneinander. Ja, das ist klar, Chef. Dann mach du das mal, ich halt die weg von dem. Ja. Ich bin hier an dem Greco dran. Okay, dann geh ich jetzt auf die Pork. Ich hab zwei Flammer hier. Ich bin raus. Ich hab zwei Flammer. Ich hab zwei Flammer. Pork sollte ich eigentlich haben. Du müsst schnell machen. Ich hab jetzt auch... Ich hab jetzt auch so'n Lanzer in... Äh, so'n Dual... Pauschal hilft grad ready, das ist super. Ja. Ja, sorry. Ich hab's raus und dann nicht mehr. Den Porker müsst ihr irgendwie zu zweit hinkriegen, wenn er kann. Und der zu ist, äh... Na, komm. Poscha, fahr ihn nicht so hinterher. Ich weiß, komm. Alles gut. Poscha, du musst versuchen, seitlich von ihm zu fahren, sodass du ihn dann von der Seite abfährst. Ja, wenn du dich an. Ja. Weil ja, weil du genau frontal auf ihn zugefahren bist. Ja, sorry Jungs, es waren zwei gegen eins grad bei mir. Ich konnte leider nicht mehr machen. Ja, ich hab's ja so. Ja, tu das, tu das. Poscha, immer versuchen, immer versuchen seitlich an die Pork ran zu kommen. Die Pork macht irgendwann den Fehler, dass du seitlich an sie ran kommst. Das hat bis jetzt jede Pork immer, die ich kenne. Auf jeden Fall niemals geradezu darauf zu fahren, solange du nicht ein Flash besitzt. Das... jemand mit einem Flash kann das machen. Aber jemand mit einem Flash... Aber jemand mit einem Flash... Ich hab's auch extra in Argus. Ja. 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 Ich hab... Ich bin ja dann draufgefahren irgendwann, weil ich einfach gemerkt hab, dass nichts hilft. Aber... Ist halt dann auch einfach noch einer in meinem Arschloch gewesen, ne? Ja, ja. Ich hatte auch zwei bei mir. Ich versuche mal die Pork. Ich fahr grad die Pork an. Ich hab ein Flavor jetzt hier. Ich komm dir zur Hilfe. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich hab leider den Lancer fressen müssen. Es tut mir leid. Alles gut. Aber ich hab jetzt noch einen im Arsch. Ich hab den Gigant. Mein. Muss ich nicht blocken. So der ist Gigant, gut. Meiner ist auch Gigant. Also der... Ich hab hier noch ein Flavor im Genick. Der Double Harvester ist Gigant, Jungs. Ah, den Pork hab ich auch noch mit. Ready, du musst da ran, genau. Aber nicht auf den Porker. Auf die Milis musst du gehen. Ja, schön, Froscha. Oder so. Egal. Froscha, mach den jetzt hoffentlich. Ah, egal, ey. Nee. Funktioniert's doch nicht. Nee, die... Das Pork feiert. Ja, das war das Pork feiert. Ja. Eingeworfen, genau. Der Porker war komplett allein da. Den hab ich weggepickt. Der andere kam mir an. Und der hab ich auch nicht... Den hab ich übrigens Gedigant sogar noch. Den anderen, der mich in der Seite hatte. Ja, ist ja egal. Ist ja egal. Wenn der allein ist, muss ich mir picken. Das hab ich ja schon mal gesagt. Ja, ich hab... Ich hab ihn voll an der Seite. Ich hab ihn komplett gepickt. Dann kam einer. Den hab ich noch Gedigant. Trifendurch bin ich nochmal wieder von Froscha geblopft worden. Aber... Wenn der alleine ist, wir können da nicht ewig warten, wenn wir das sehen. Das muss ich euch nicht sagen. Das muss ich euch nicht sagen. Wenn einer da vorne, so weit weg von seinem Team, einer noch ganz rechts außen steht. Einer noch hinten links an der Hofffahrt ist und zwei in der Brücke sind. Beziehungsweise einer an der Brücke steht und der andere da vor uns tierisch alleine steht. Da muss man rauf. Da muss man rauf. Da muss man rauf. Das kann ich aber nicht jedes Mal ansagen. Und ich sag ja an, wenn ich raufgehe. Weißt du? Wie spät ist er? Wie viele Punkte haben wir denn? Auf jeden Fall noch. Eins, zwei Games. Eins, zwei Games. Kommt fertig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ich bin wieder da. Wo ist Kai Spitz? So zeig. Okay. Ja, vielleicht ist er da. Na dann. Dann geh ich hinein und kurz mal den Dampf versuchen. Ich bin nämlich irgendwie doch... Ich bin wieder da. Warte mal ganz kurz. Ich muss gucken. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Guck mal. Bist du ready? Ja gar nicht so schwer. ru sagt mir nix Ich glaube Dorks, oder Spinnen, äh, ja, halb, halb, Helios, Hatscha, ja, stimmt, Aurora, Boer, keine Ahnung, wie der Hurensohn heißt, war früher in Iza natürlich später so ein Hurensohn. Nordlicht? Okay. Nordlicht. Nordlicht, oder was meinst du? Auf die Nordlicht. Äh, wir fahren drauf, oder was? Würd ich sagen. Ah, bei Roales. Jo, hallo, oder? Hi. Schön, Kai's. Ja, jo. Rechts ist einer rein. Roales, die kenn ich, äh, da ist einer alleine. Ich versuch mal ranzukommen an die, aber ich denk, das wird es. Ich fahr jetzt auch mal rein. ne warte mal ja rechts der anfang rechts 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 der anfang die spinnen sind allerdings dann mach du den mal weil ich habe keine feilung englisch zu sehen ich bin jetzt ja nicht wegdrücken fred hab ihn ah scheiße jetzt haben wir nicht die spinnen so retter ist raus ich helf ja jetzt hinten basshorn 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 ich muss auf windig es tut mir sehr leid es geht mir aber nicht anders da muss mir hier aber jemand helfen ich bin sonst vielleicht raus ich mach ihn noch mit heiß kommen gerade alle beine weg jawoll hammer 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 nein lass mich in ruhe den machen ich fix den auch alleine ich hab ihn schon jungs nein 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 das war ich doch bestimmt Es liegt auch an der Map und diese Map verlieren wir meistens, diesen Shifting, weil wir brauchen da, auf der Map brauchst du wirklich Range, das ist halt das Problem. Und das hätten wir eigentlich gewinnen müssen, ja. Ja, das war dumm halt einfach nur, sag ich euch, wie gesagt, heute könnt ihr gerne alles auf mich schieben, mir ist das grad scheißegal. Jetzt zur Info, die Leute gegen die wir gerade fahren, die fahren ohne Discord, die fahren einfach nur so, ohne Absprache, ohne alles und das hier so gescheit ist. Auroba alles ist ein Freund von mir. Deswegen kenn ich schon seit fast so lange, wie ich das Spiel spiele. Ich fahr grad ran, aber ich kenne den schon seit meinen MQTT Zeiten und ich mag den nicht. Ratchet ist gleich raus. Ich geh auf Aurora. Die Spinne hab ich hier weggedrückt, ich muss auf die Spinne gehen, leider. Hab doch eine Spinne in meinem Anus. Der Rätscher brennt. Der Rätscher brennt auf jeden Fall. Der Rätscher brennt, der Rätscher, der Rätscher, der Rätscher. Der Rätscher, der Rätscher, der Rätscher. So ist raus. So, jetzt müsst ihr zu zweit dort die Spinne fokussen, Basthorn wieder, genau. Helios hat doch genau zwei Hafer. Abbremsen, dass du in Stücke zurückkommst, dass du ihn wieder triffst, genau. Genau, 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 so Quascha wie du es gerade gemacht hattest. Ja, jetzt hängt er tot. Jetzt ist das easy game für Fluri eigentlich. Einfach auf Abstand. Nee, er hat den... Ach so. Halb, kaputt. Ich hatte die Arbeiter und Rätscher. Ja, ich hab mein Ziel nicht gemacht, das ist zumindest sehr leid. Ja, passt schon. Aber ich hatte drei Leute auf mir, das ging nicht anders. Eigentlich hatte ich zwei auf mir und einen davon habe ich verkrüppelt. Ja, das war halt die Rätscher. Ja, ja. Keine Ahnung, kann das zwei waren, aber keine Ahnung. Hat auf jeden Fall irgendeine Spinne und den Helios auf dem Arm. Ja, den Spinne hab ich halt... Ja, die hatten zwei Spinnen. Ja. Ja. Ja, eine davon... Ja, meine Spinne hat auf dich geschossen, wenn ich die gekillt habe. Ja, das kann gut sein. So nix. Auf jeden Fall hatte ich nicht genug AP, um den zu machen. Weil Helios in meinem Gesicht und das Teil, hm. Ich zieh durch, ne? So, same. Ich falle zu rüber auf den Rätscher. Weil er subuff so below ist und ich mag den nicht. Ich hab leider die Spinnen auch noch auf mir mit dem... Die haben nicht, aber... Ich mach den schon, Crusher. Jo. Die können sich so krass fokussen die ganze Zeit. Das ist so krass. Freifisch muss da rein. Das dauert viel zu lange. Ja, ich hab's... Da, 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 da. Oh, der Einschlüsse ist auch fast draußen. Oh, scheiße. Ja, die anderen zwei auf deinem Arsch sind beide fast draußen. Ja, Chef. Die haben doch alle Waffen. Ja. Ich hab ja grad gesagt, schade. We're leaving, guys. We will be back. Die Gegner haben immer einen Fokus. Das ist so krass. Wir haben theoretisch noch genug für 20 Games. Was zu, ja, du hast ja morgen halt frei, stimmt. Jaja, ist gar kein Problem. Dann geh ich halt heute auch mal früh schlafen. Das glaub ich mir sowieso besser. Hm. Was soll ich machen? Ja, du weißt mal. Ich will rein schauen. Nee, lass mal. Ich trinke lieber einfach nur viel Wasser. Das hilft genauso, weil Alkohol trocknet nämlich einfach nur deinen Körper aus und dann wenn du viel Wasser trinkst, dann wird er wieder mit Wasser vollgepumpt, dass er vorher entzogen wurde und dann geht's wieder. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ja, das war Walcon, Müllwandschau. Ja, das war Walcon, Müllwandschau. ich ich hab aber gerade geschrieben sieb ist der letzte ja das ist ja nicht schlimm da ist was klopft bei dem vorsicht ja die kommt ich guck mal ob ich auf den in der mitte gehe ja ich bin gerade im genick von was ich bin auf dem breaker ich bin auch auf dem breaker ich bin im genick vom redscher der hängt fest das ist super ich bin jetzt auf dem nächsten breaker wenn ich ihn nicht schnell genug bin ich bin jetzt auf dem nächsten breaker wenn ich ihn nicht schnell genug bin start jungs geil ich glaube der tipp hat ein bisschen mehr gesoffen vor allem seine hammer fänger sind total scheiße ja die braucht er gegen uns nicht das ist ihm ja scheißegal ja das ja ich ja ich 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 Warte mal, warte mal ab, vielleicht kommt der aufs Solo weitergefahren. Ja, aber jetzt ist da wieder wer anders Solo. Jaja, der Typ ist... Da kommt Bass, da kommt Bass. Da kommt Bass, da kommt Bass. Jo, ich hab hier den Remedy. Hab irgendwas abgefahren und hab jetzt nen Breaker im Genick, bin aber am Genick von nem Rain in die. Ich bin auf dem Breaker raus, den der im Genick war. Sehr gut, ich mach den Remedy hier und komm dann. Ne, der Remedy ist nicht drauf. Ich mein den Breaker oder was das hier ist, ich komme, ich hab einen. Das ist ein Remedy, kein Breaker, ich bin gegen ne Wand gefahren. Bist du Barcrosher? Den hab ich eingesperrt. Also festgewashed. Guter Job Jungs, habt ihr toll gemacht, ich bin stolz auf euch. So, jetzt können wir noch ne Runde fahren, weil das war ein Hund. Jetzt machen wir nochmal drei Wins. Ja, nochmal und dann aufhören. Ja, und dann aufhören. Wenn wir jetzt drei Wins machen, sollten wir echt aufhören. 170 wäre da auch nicht genug. Ja, 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 ja. Ist gar kein Problem. Dann geh ich halt heute mal früher schlafen und fast auch schon. Und dann, ja. Dann schaust du noch mehr. Ja. Jetzt aber ne Scheiß-Map, Alter. Das war wieder so typisch. Ja. Scheiße. Sagt mir gar nix, die Leute. Sind wir nicht gegen die heute schon mal gefahren? Also egal was ist. Egal was ist. Der, der ein Midi da im Genick hat, dem muss geholfen werden. Wir müssen die Scorps halt erstmal ignorieren. Wir müssen erst die Midis rauskriegen. Ja, wenn wir jetzt auf die Scorps fahren, haben wir zwei Midis auf den Scorps und jeweils zwei Midis im Genick und nur ein Midi, der es supporten kann. Ich hab hier nen Dog. Schaffst du den so selbisch? Ja, aber wer anders ist normal? Ich hab leider zwei Scorps hier, aber meine versuche ich nicht mehr. Hör dir nicht vom Arsch. Oh, danke. Ja, den anderen. Vorsicht, ja, 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 ich komme, ich komme. Hab ihn, hab ihn gegrappt, hab ihn, ja, 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 ja. Ist der Letzter. Du warst ne tolle Ablenkung, sagt Kroscher. Ja. Du warst ne super Ablenkung, ich konnte die beide schön nacheinander rausholen. Genau wie bei mir, Freddy konnte schön rauffahren, während ich da Unruhe gestiftet hab. Ja, Kroscher hat einfach zwei Leute geblockt und ich konnte beide nacheinander schön rausziehen. Ich hab gesagt, nicht die Scorps fokussen, außer wenn du halt natürlich dran bist. Ja, aber... Wurde Talkspiele mit den Kinderleuten. Jungs, bitte weniger rumschreien, ja. Weißt du, wenn da ein Scorbhaber vor mir auftaucht und der Zweiter ordentlich abhaut, was soll ich machen? Ja, richtig. Ich hab grad außerdem vergessen wehzudrücken, ich glaub ich soll langsam wirklich mal schlafen gehen. Naja, geil. Schön, Kroscher. Toll, klasse. Jungs, jetzt Konzentration. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ich glaub die, ah hier ist die Kapkan. Ich geh auf den Skorpion. Ja, wir kommen. Ich geh auf den, äh, Melee. Ich geh auf deren Melee. Ich geh auf deren Melee. Ich bin auf der Skorp. Ich bin auf Skorp. Ich bin auf Skorp. Melee ist tot, ich hänge in Alpharol. Ich hab leider ne Skorp im Genick, Jungs. Die ist drauf. Der läuft hier. Oh, sorry. Sehr gut. Ja, der ist drauf. Ich versuch noch Heiß zu machen. Ja, der ist drauf. Freddy, lass mich mal bitte da ran. Ich danke dir. Jetzt bist du die ganze vor uns, genau. Hab ich sie weggemacht. Ja, der hat Kapkan zu haben, ja. Ich bin im Reload. Scheiße, ich bin gegen ne Watt gefahren. Über die er drüber fliegen konnte. Perfekt. Noo, er hat sich gesprengt, die Ratte. Und ihr seid last. Ich darf nix mehr. Egal, dann lass mich durch. Ich bin noch voll. Ja, aber das ist das Skorp. Lass die mal jetzt machen. Oh, die ist hinter mir. Scheiße. Du musst mich bitte ein bisschen coachen. Ja, ich kann das ja nicht so gut. Ja, alles gut. Du machst das super. Hab ihn. Ey, mal ganz ehrlich. Dafür, dass du besoffen bist und wir nur drei Niederlagen haben. Also... Ich hätte auch mit Werke gerechnet. Ja, wir haben jetzt den Plus gemacht. Bei dir. Mit wem haben wir denn vorher gespielt? Wir Niederlagen. Mit Micro... Mit Micro... Mit... Mit Micro... Ja. Ja, aber das Setup ist halt mit Blurry... Sein Bild ist echt scheiße. Das passt. Das... Ja, kein Problem. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020